das Ding geht ab wenn man das abfeuert so natürlich nur wenn man Pfeile hat hier ist auch nichts mehr so ja hinlegen schlafen ich kann eigentlich vielleicht Braucht man dafür oder der sagt es ist ok ich versuch ihn einfach nochmal Crystal Empty so Kompressor Trashed Kappaohr Trashed Kappaohr ich will normales Kappaohr wieso wollen die mir Kappaohr antreten wieso nur wieso nur wieso nur so ich kann ja natürlich schon wieder ein bisschen wieso 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 mit ok quatsch wieso ziel wieso irgendwas fehlt daran. Und ich weiß auch schon, was da ist. Nämlich ein Baton. Ein Malkon. So. Hier kann ich eigentlich ausfüllen. Hier habe ich allerdings jetzt nicht die richtigen Steine oder Erde. Egal. So. Denn jetzt wird das in den Berg reingebaut. Wieder vier hoch. So. Kurz überlegen. Das geht da hoch. Also würde es genau hier eben hier würde es theoretisch runtergehen. Ja. Vielleicht nicht so klug. Mal den da. Okay. So dass ich dann etwas anders fliegen kann. und der kommt weg. So. Da haben wir die Marble. Da. Das ist unser Hochzug und Runterzug sozusagen. Dann mache ich das jetzt aus Marble oder aus normalem Stein. Hm. Ich würde sagen, ich mache das aus. So. Also drei muss es immer hoch sein. Sonst hat es nicht mit dem auf. Ich frage es was klappt. Ich frage es noch mal. So. Ach, das ist was anderes. Das ist... Ich frage es noch mal. Gut. Gut. Egal. Egal. Muss ich halt aufpassen. was ich tue sozusagen. So. Wir lassen es dann nur bis hier hingehen. Wo? 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 Willst du? Ich weiß nicht genau. Ob ich es jetzt tief in den Berg reinbauen soll. Oder so. Oder dass ich hier im Berg bleiben soll. Wo? 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 Ach,hm. Hier. Schon wieder ein Dinob fighters. Da können auch Und wenn ich das jetzt ausfülle, also wenn ich das jetzt wegmache, dann ausfülle ich den Wartenskappenstorpe, sehe das gut aus oder nicht? Auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall schön erhellt. Also es soll so sein wie das da drunter, es soll schön erhellt sein. Dafür kann ich auch schon mal ein bisschen Sand hier einwerfen. Ach, die fährt ja auch nach außen. Da vorne hier, da ist es schön. Sehr schön. So. Ach, das war ja so scheiße, das Ganze rauszuholen, aber immerhin. Can be colored with any dye. Das weißes dye? Ja, hier baue ich mir so. Ich musste ja eigentlich mir das vorbauen. Ich muss ja eigentlich mir das vorbauen. Ich weiß es. Ich weiß es. Wer ist mit dem... Schönen. Ich muss ja gar nicht nur finden. Dann kommt es. Schön. Der wird jetzt einfach vorgestellt. Ich kann nicht sagen, was ist passiert? Ich kann nicht sagen, was ist passiert? Ich kann nicht sagen, was ist passiert? Es ist besser! Es ist besser! Ja, lass uns das machen! Ja, lass uns das machen! Ja, gut! Und wie geht es? Ja, ich habe einen Schiff darüber hingegen. Ich bin da echt vor einigen. Mchen Schiff, ich mache einen Schiff. Ich bin da zu abonnen. Ich bin da zu abonnen. Wenn ich, ich bin da zum 12 hin. Und ich muss das halt noch ein bißchen rüsseln. Na? Dann kann ich auch noch was hier machen. Ich hoffe einfach, dass ich auch noch so viel Kapazitäten rauskomme. So. Mehr. 120 Charts. So. Das wäre dann nämlich auch die Idee. So, dann kann ich jetzt noch ein paar Anzeigen. So, ja, weiter. Aber jetzt kommt doch da. Ich hoffe, dass wir hier stehen. Wenn nicht, habe ich ein Problem, wenn doch, ist es super. So, da muss ich mir auch noch etwas eingehalten lassen. So, schön, das haben wir gemacht. Ist mal ins Bett. Und dann wird einmal das Glas rausgeholt, hier nachgeguckt, geht es ein bisschen zu schnell hier. So, und dann, ja, was kommt alles weg, das ist die große Frage, was soll ich alles wegwerfen? Okay, das kommt da raus, dann haben wir das schonmal gelöst, ein Koffer, jetzt nicht ganz viel, aber es reicht. So, zack, Marble, Kratz, Kratz, Sand, Snow, Sand. Gut. Ja, all right. Da. Das hol ich mal hier raus, zumindest. Ah ja, nein, das kann ich ja gar nicht färben. Wo muss ich denn aufpassen, wenn ich das Glas färbe? Stimmt ja. Dann mache ich oben, was soll ich das mit? Okay. 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 Okay.